Wir haben jetzt aber so viele Elemente, die so querschlagen oder reinschlagen in diese Wirtschaftszyklen, Konjunkturzyklen, sodass es eben auch nicht mehr so einfach ist. Das heißt, jetzt ist tatsächlich der Fokus insgesamt mehr, gerade in diesem Jahr, auf die Gewinnentwicklung. Aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt Moimitcap-Unternehmen erstmal nicht abschreiben würde, sondern tatsächlich, ich jetzt persönlich sogar als Portfolio-Managerin fast in den Startlöchern sitze. Die USA ist immer relativ, also auch für den Aktienmarkt gesprochen, ist relativ teuer in der Bewertung. Aber da kann ich immer nur sagen, naja, auch aus einem guten Grund. Vielleicht hier nochmal ein bisschen abwarten, aber die Zeichen sind auf jeden Fall gestellt, auch für das Investment in Emerging Markets. Also ganz wegschieben würde ich China nicht, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall noch zu früh, da wieder All-In zu gehen. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money, heute mit einem besonderen Gast, denn sie ist zum ersten Mal hier. Wir wollen heute mal ein bisschen natürlich über das Thema Mischfonds und in der Breite Multi-Asset reden, natürlich über die aktuelle Börsenlage. Was ist im Moment spannend, was vielleicht eher nicht so, was muss man denn so die nächsten Monate im Auge behalten. und freue mich sehr, zum ersten Mal bei uns zu Gast. Sie leitet als Portfolio-Managerin die Multi-Asset-Lösungen bei Amundi Deutschland. Freue mich sehr, herzlich willkommen, Helen Windischbach. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Ja, was ist denn eigentlich die größte Herausforderung im Portfolio-Management? Das betrifft uns da draußen mit unserem Depot im Kleinen, wie natürlich Sie im Großen im Vergleich zu vielleicht früheren Börsenphasen. Hat sich da was verändert? Also ich denke, ja, es hat sich was verändert. Also ich habe vor ungefähr 15, 16 Jahren angefangen im Portfolio-Management, vielleicht noch ein bisschen länger her, aber es hat sich doch deutlich verändert. Also es ist einfach komplexer geworden. Also zum einen ist die Welt komplexer geworden, natürlich auch durch die Globalisierung, aber auch durch die IT-Systeme, durch die Informationsmöglichkeiten, die wir mittlerweile haben, ist es sehr viel schneller geworden. Der Markt ist sehr viel rationaler geworden. Er setzt schneller um an Themen, die gerade da draußen passieren. Also von dem her ist es komplexer und damit auch herausfordernder geworden. Und wir haben, als wir Vorgespräch hatten, letzte Woche, haben Sie gesagt, es gibt keine Pausen mehr. Ist das so? Das müssen Sie mal erklären. Ja, das ist tatsächlich so. Also als ich, wie gesagt, anfing Mitte der 2000er Jahre im Portfolio-Management, da hatte ich schon noch den Eindruck, dass wir so eine kleine Sommerpause haben zumindest. Zumindest auf jeden Fall Weihnachten, vielleicht auch noch ein bisschen übers neue Jahr oder zwischen den Jahren hinweg. Da hatten wir eine kleine Pause, aber die ist mittlerweile komplett gestrichen. Also das funktioniert so nicht mehr. Also die Märkte, ja, die rotieren, die drehen weiter und zwar wirklich das komplette Jahr über von morgens bis zum nächsten Morgen wieder. Da haben Sie keine Pause mehr. Sie haben eigentlich gesagt, die Märkte sind rationaler geworden, aber sind sie nicht auch ein Stück weit unberechenbarer geworden? Ich finde, also wenn ich jetzt mal die letzten, diese Krise nehme, wie auch immer, wenn man die letzten zwei, zweieinhalb, drei Jahre nimmt, scheint mir schon sehr viel unberechenbarer als das vielleicht früher, zumindest so Zyklusphasen. Man wusste ungefähr, wo man ist und wusste ungefähr, in welcher Zyklusphase wir sind und was da wohl die nächsten Monate Pi mal da umkönnen könnte. Jetzt erinnere ich mich dran, wir hatten die am sichersten zu prognostizierende Rezession. Die kam dann nicht, sondern das genaue Gegenteil. Und so geht es ja dieses Jahr eigentlich auch wieder weiter. Ich habe nur so gekrinzt bei Ihrem Kommentar mit unberechenbar. Also rückwärts gewandt oder rückwärts gedacht, werden Sie von allen Kunden und von allen zu hören bekommen, naja, das war ja klar, da war ja absehbar. Absolut natürlich. Genau, das hat auch in der Tat zugenommen. Aber es ist tatsächlich ja etwas, da durch diese Komplexität auch etwas schwieriger geworden, wirklich die Phasen richtig zu greifen und wie Sie richtig sagen. Ich denke auch, dass die Wirtschaftszyklen, die waren stärker vorbestimmt, die waren auch klarer im Ablauf. Wir haben jetzt aber so viele Elemente, die so querschlagen oder reinschlagen in diese Wirtschaftszyklen, Konjunkturzyklen, sodass es eben auch nicht mehr so einfach ist. Also das ist absolut richtig. Und Sie sagten ja auch, wir haben die ganze Zeit auf die US-Rezession gewartet. Das fing schon Anfang 2023 an, also vor anderthalb Jahren, wenn nicht schon früher, haben wir darauf gewartet und sie kamen nicht. Klar, man hat immer wieder gehört, warten auf Godot, ja, das war absolut so. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, warten auf Godot auch mit der Zentralbank. Also es ist jetzt nicht nur, wir warten auf die Abschwächung oder die komplette Verlangsamung des Wirtschaftszyklus, wir warten jetzt auch noch auf die Zentralbank. Also in dem Fall vor allem auf die US-Zentralbank, die Federal Reserve Bank. Und man sieht es natürlich an der Zinserwartung ganz besonders schön, wenn wir überlegen, jetzt im Januar, Jahresanfang, Winterpause gab es in dem Sinne nicht. Da haben wir noch von sechs bis sieben Zinserhöhungen gesprochen. Zwischendurch waren wir fast schon wieder bei null, jetzt sind wir dann vielleicht bei einer. Das spiegelt das natürlich auch schön wieder. Ja, und das ist wirklich ein Punkt, der ganz wichtig ist in den Märkten, das Thema Unsicherheit. Also das, was Sie genau sagen, nämlich, dass es einen wahnsinnig schnellen Wechsel in den Zinserwartungen gab, von sechs bis sieben Anfang des Jahres, jetzt bis eins zu zwei Zinssenkungen im Markt, das hat sich total gewandelt. Also diese Unsicherheit ist da und wir sprechen hier im Zeitraum von fünf, sechs Monaten. Also gerade Ende letztes Jahr, im vierten Quartal, waren die Märkte wahnsinnig dadurch getrieben, im positiven Sinn, dass signalisiert wurde von US oder vermeintlich signalisiert wurde von US-Zentralbank, okay, wir sind jetzt mal bereit, langsam auch ans Senken zu denken. Das Signal wurde dann wieder umgedreht Anfang des Jahres, sodass jetzt auch wieder eine Rückabwicklung der Erwartungen der Kapitalmarktteilnehmer gab. Aber auch hier, also wenn Sie sich die Erwartungen der großen US-Investmentbanken beispielsweise ansehen, das schwankt wahnsinnig zwischen keine Zinssenkung, wenn nicht sogar Zinserhöhung, wenn nicht hier sogar auch zu mehreren Zinssenkungen in diesem Jahr. Also auch hier die Erwartungsspanne ist irre breit, weil eben keiner mehr genau sagen kann, inwieweit die Konjunkturindikatoren, die konjunkturelle Entwicklung, die Inflationsentwicklung nun genau dann bei der Zentralbank aufgenommen wird und auch eingebacken wird in deren eigenen Politik. Ich finde, man sieht auch sehr schön, gerade in den letzten, sagen wir mal vier, fünf Wochen, wenn man mal so einen kurzen Blick nimmt, auch in der Markttechnik und im Sentiment, wie schnell sich diese Extreme auf Euphorie und dann wieder, oh nee, ist das alles Mist, zu, ach nee, ist doch alles super. Das innerhalb von drei Wochen, das ist ja das Gleiche quasi wie natürlich auch auf der Zinsebene. Ja, exakt, klar. Es ist natürlich auch schon wieder einiges passiert. Also auch hier wieder die Erwartung war natürlich, dass die US-Konjunktur stärker sich verlangsamt. Das Gleiche hatte man auch gedacht für die europäische Konjunkturentwicklung. Aber hier sieht man aber auch erstaunlicherweise wieder Hoffnungsschimmer, aber auch eine Stabilisierung, gleich in den USA sowieso. Von dem her ist das schon viel vorweggenommen oder auch eingepreist, wie wir sagten, in den Märkten, gerade bei den Aktienmärkten. Also da kommt einiges zusammen. Da kommt die Zinserwartung bei den Aktienmärkten plus die konjunkturelle Stabilisierung oder auch Verbesserung, Dynamik positiv, Wachstum wieder positiv in den Grundkonjunkturindikatoren kommt da zusammen. Und da von dem her sehen wir auch, warum sich die Aktienmärkte so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, auch seit Jahresanfang. Heißt das am Ende des Tages für das Portfolio Management, man muss wieder sehr viel aktiver handeln, auch im eigenen Depot und etwas genauer und häufiger vielleicht hinschauen, wo sich was hinentwickelt, weil man eben allein auf das nächste halbe Jahr schon nicht sagen kann, ob wir eigentlich eine Zinswende nach unten kriegen oder nochmal eine Zinsschreiberung. Also ich kann immer raten, mit Szenarien zu arbeiten oder mit vielleicht leicht Leitplanken, wenn man es vielleicht ein bisschen anders nennen mag. Also es ist auf jeden Fall wichtig. Also ich brauche auf jeden Fall einen Blick auf die Welt in den nächsten halben bis zwölf Monaten, also halben Jahr bis zwölf Monate. Ich brauche da einen klaren Blick. Und dann muss ich mich auch entscheiden, mich so zu positionieren. Natürlich kann immer, natürlich kurzfristig, was anderes sich entwickeln, aber wenn ich diesen sechs bis zwölf Monatsblick habe, kann ich mich positionieren in den Portfolien. Und das muss ich auch tun. Gerade bei einem Multi-Asset-Portfolio haben Sie verschiedene Asset-Klassen. Manche Assets, die Sie in den Portfolien haben, sind auch nicht unbedingt liquide. Vielleicht macht es auch nicht Sinn, dann panikartig oder, sagen wir mal, sehr akut zu verkaufen oder zu kaufen. Also von dem her brauche ich einen klaren Blick, einen klaren View. Also das ist schon mal das Wichtigste. Das ist auf jeden Fall der Punkt. Wenn ich dann allerdings kurzfristige Entwicklungen habe, auch geopolitisch oder auch Wahlen in den USA, da muss ich mich auch relativ kurzfristig auch drehen und wenden. Aber dieser Blick, der ist absolut wichtig. Und auch hier wieder, den Blick muss ich eigentlich auch fast täglich wieder prüfen oder überdenken. Also ich muss mit denen immer weiterleben und auch immer weiter, weiter entwickeln. Das ist natürlich, glaube ich, aber der Unterschied dann vom Privatanleger-Depot zu natürlich dem, was ihr macht. Und da muss man, glaube ich, jetzt nicht jeden Morgen die Strategie überarbeiten. Ja, das ist schon richtig. Also ich habe auch ein privates Portfolio natürlich. Und da ist es tatsächlich so, dass mein Mann und ich das so ungefähr alle Vierteljahr auf den Prüfstand stellen. Wahrscheinlich wird es sich anbieten, alle halbe Jahre zu tun. Aber auch hier genau sich überlegen, wo will ich eigentlich hin, wie will ich anlegen und sind dann auch Anpassungen wieder nach einem halben Jahr nötig. Ja, und es ist natürlich, man hat das so ein bisschen ja nach dem letzten Jahr schon ein bisschen gesehen mit der sehr Marktenge, wo eben nur ein paar wenige Sachen liefen. Und jetzt ist das alles natürlich mal so ein bisschen umgekippt von Mac7 auf Fab4. Und auch da ist es quasi nicht mehr so ganz sakrosankt, dass die alle laufen. Also auch da hat sich ja vieles wieder die letzten Wochen verschoben. Zeigt doch auch, dass ein bisschen, auch im Privaten ein bisschen aktiver sein, ein bisschen mehr das Momentum am Markt irgendwie auch abzupassen. wahrscheinlich das Bessere ist, als wenn ich das klassische, weiß ich nicht, Weltportfolio ETF habe und mache nur Kaufen liegen lassen. Da bleibt viel auf der Straße mittlerweile. Genau, also wenn wir uns ein bisschen so die Faktoren ansehen und gerade an Aktienmärkten, also was lief, dann ist es tatsächlich seit Jahresanfang ganz vorneweg Momentum. Das trifft natürlich auch mit der Marktkapitalisierung zusammen, also genau die Namen in den USA, die wir ja kennen. Aber das ist auf jeden Fall seit Jahresanfang die richtige Strategie. Es ist tatsächlich so, dass es eben nicht gesetzt ist, sondern sagt, okay, man hat nur diese sieben in den USA und das war es. Da verändert sich viel. Es ist tatsächlich schon so, dass wir auch in unseren Portfolien versuchen auch marktgewichtete Anlagen mit einzubauen. Das kann man über ein ETF ganz gut machen, also S&P 500 gleichgewichtet oder marktgewichtet und dann eben nicht mehr marktkapitalisiert. Und da kann man auch dieses wirklich, sagen wir mal, Ausreißerrisiko auch etwas begrenzen. Was ich aber schon bemerke oder schon wahrnehme, ist, dass das Thema Gewinne ein großer Treiber ist. Also wir hatten jetzt ja die Berichtssaison USA und Europa übers erste Quartal und man sieht aber tatsächlich die Unternehmen, die auch die Erwartungen hinsichtlich Gewinne erfüllen, die sind soweit, ja, fein aus Kapitalanlegersicht. Wer abgestraft wird, sind tatsächlich die Unternehmen, die diese hohen Gewinnerwartungen oder grundsätzlich die Gewinnerwartungen nicht mehr erfüllen. Da sieht man, da sieht man deutliche Kursverluste auch. Ist das, ist quasi das Thema Gewinnwachstum etwas, was man dieses Jahr mehr auf dem Schirm haben sollte, ist aber hinsichtlich von, sagen wir mal, auch Stabilität, also wer ist so ein, eher ein Unternehmen, das tendenziell auch sicher ist im Prognosenanhalten und wer so ein bisschen eher luftig ist, weil das halt konsequent abgeschafft wird, mehr vielleicht als Makro-Themen? Ja, absolut. Also gerade auf der Aktienseite ist das genau das Thema, denn was haben wir bislang gesehen, gerade bei diesen, ja, sehr, sehr schönen Kursentwicklungen an den Aktienmärkten, das war sehr stark getrieben, einfach durch, ja, wir sagen, durch, ja, der Bewertungsausweitung. Und da wird den Unternehmen erst mal sehr viel, ja, positiver Kredit zugeschrieben, was die Gewinnentwicklung in der Zukunft sein wird, aber dann müssen die Unternehmen auch irgendwann liefern. Das heißt, jetzt ist tatsächlich der Fokus insgesamt mehr, gerade in diesem Jahr, auf die Gewinnentwicklung. Aber auch hier, es sieht gar nicht so schlecht aus. Also wenn man sich die Gewinnentwicklung für den S&P 500 anguckt, für den US-Aktienmarkt oder auch für Europa in diesem und im nächsten Jahr, sieht eigentlich sehr positiv aus. Also da kann noch einiges an Stütze für diese positive Aktienmarktentwicklung auch herkommen. Wie wichtig ist denn so das ganze Sektor-Rotationsthema? Darüber reden wir ja eigentlich auch schon, quasi das komplette vergangene Jahr oder schon mal spätestens seit Sommer. Naja, und irgendwann müssten doch mal so langsam die Small Cups wiederkommen, weil sie sind so dramatisch viel günstiger. Aber eigentlich sind sie nicht so viel günstiger, weil sie sind auch nicht mehr so profitabel wie vielleicht früheren Dekaden. Also es ist manche klassischen na jetzt müssten doch mal die Nachzügler laufen Regeln scheinen auch nicht wirklich zu gelten dieses Jahr. Ja, es ist ein bisschen auch eine Mischung auch hier wieder, was wir vorhin diskutiert haben. Also gerade bei den Small Mid Cap, also bei den kleinen und mittleren Unternehmen spielt auch viel die Makroentwicklung rein. Klar, die sind einfach viel zyklischer, hängen viel stärker am Konjunkturzyklus als jetzt vielleicht große, breite oder sehr etablierte Unternehmen. Also da ist einfach mehr Zyklik dabei und diese Unternehmen hängen auch mehr an den Zinsen. Also dadurch, dass die sich natürlich stärker refinanzieren müssen, weil sie sich eben auch mehr ums Wachstum kümmern, zyklischer wieder sind, ist natürlich hier auch die, ja, die Anfälligkeit über höhere Zinsen einfach auch stärker gegeben. Aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt Small Mid Cap Unternehmen erstmal nicht abschreiben würde, sondern tatsächlich ich jetzt persönlich sogar als Portfolio-Managerin fast in den Startlöchern sitze, zu sagen, okay, wann kann ich anfangen, ein höheres Gewicht den Small Mid Cap Unternehmen zuzuweisen in meinem Portfolio. Aber wir haben ja über die Rotation gesprochen. Ja, es ist in der Tat wichtig, wenn ich Portfolien aufbaue, dann ist mein erster Blick auf die Region, dann auf die Länder und dann überlege ich mir, welche Sektoren ich interessant finde. Und dann dazu kommt natürlich auch noch Faktoren. Also wir hatten es ja auch gerade eben schon mal angesprochen, also Faktoren oder Styles, das heißt Momentum vielleicht interessant oder bei Faktoren zum Beispiel Dividendentitel, das kann man so als einen Faktorwert zusammennehmen oder natürlich Größe, wie Large Caps oder Small Mid Cap. Also da kann man viel spielen und das ist dann relativ komplex natürlich. Geben wir es doch gerade mal, wenn wir schon dabei sind, das ist ja herrlicherweise durch so ein bisschen und abern uns von oben und unten mal den Filter ab. Wenn Sie mit Ländern kommen, was sind denn im Moment wirklich interessante Märkte? Kann man USA sagen und der Rest ist eigentlich relativ Wurst? Auch nicht ganz. Also USA ist auf jeden Fall ein Qualitätsmarkt. Also das ist tatsächlich so, die USA ist immer relativ, also auch für den Aktienmarkt gesprochen, ist relativ teuer in der Bewertung, aber da kann ich immer nur sagen, naja auch aus einem guten Grund. Also die USA hat sehr viele Qualitätsunternehmen, die USA ist auch sehr binnenorientiert mit den Unternehmen, das heißt nicht sehr exportorientiert und auch nicht sehr zyklisch, im Vergleich beispielsweise zum europäischen Markt oder Deutschland beispielsweise. Also USA ist auf jeden Fall immer wichtig zu haben und USA ist ja auch schon 70% im MSCI Welt, also da hat man einfach ein großes Gewicht. Also USA ist dabei, klar, aber nicht unbedingt mehr als Hauptgewicht oder als besonderes Übergewicht. Man macht dann weiter und überlegt sich, okay, dann brauche ich noch andere Länder, denn ich bin nicht nur USA in meinem Portfolio. Was auf jeden Fall interessant ist, ist derzeit auch der europäische Markt, weil sich die Konjunktur ja doch etwas stabiler zeigt, als befürchtet wurde. Also deshalb ist es hier interessant, Europa ist interessant, weil die Bewertung relativ niedriger ist als gerade zu den USA. Also wenn ich eben diese Gewinnenttäuschungen habe, bin ich auch in Europa weniger anfällig, als wäre ich jetzt dann nur rein in den USA investiert. Interessant ist tatsächlich auch in Europa UK, das ist ein interessanter Markt, das ist so ein bisschen so ein defensiverer Markt, hat eine hohe Dividendenrendite, Bewertung ist auch relativ niedrig, es ist auch Lobeta, also beschreiben wir damit Märkte, die nicht so ganz zyklisch sind, also nicht so ganz einen Hit bekommen, wenn die globale Konjunktur wieder stockt. Also das ist interessant, dann wechseln wir mal einen Blick nach Asien oder auch zu den Emerging Markets, also interessant in den entwickelten Ländern, Developed Markets, wie wir sagen, ist immer noch Japan, auf jeden Fall interessant, also einfach als strukturelle Beimischung gut und in Emerging Markets finden wir sehr interessant, weil einfach rein die Wachstumsspanne zwischen den Emerging Markets und den Developed Markets ziemlich auseinandergegangen ist. Man kann es sehr schön seit Corona sehen, die Spanne wirklich Wachstumsentwicklung, Developed Markets versus Wachstumsentwicklung, also ich beziehe mich jetzt aufs GDP, aufs jahrbezogen real, diese Spanne ist einfach auseinandergegangen. Also hier hat man viele Anlagemöglichkeiten. Emerging Markets ist natürlich auch ein bisschen abhängig vom US-Dollar, ist auch ein bisschen abhängig, nicht nur ein bisschen, ist auch abhängig davon, was die US-Zentralbank macht in der Zinspolitik. Vielleicht hier nochmal ein bisschen abwarten, aber die Zeichen sind auf jeden Fall gestellt auch für das Investment in Emerging Markets. Ist Europa und natürlich auch Emerging Markets aber nicht auch einfach ein Play auf Weltkonjunktur erholt sich vielleicht doch stärker, als wir das im Moment noch sehen? Also beides, also vor allem Emerging Markets ja und auch die europäische Entwicklung hängt sehr stark vom globalen Wachstumsentwicklung ab, aber Emerging Markets hat wirklich strukturelle Wachstumstreiber, weil da einfach noch wahnsinnig Aufholpotenzial ist. Also man muss nur ein Land wie Indien bereisen, da sieht man einfach, was alles noch an Entwicklung nötig ist und das sind einfach strukturelle Wachstumstreiber, die haben wir natürlich so in Europa nicht mehr. Deshalb ist es natürlich schon ganz interessant, auch solche Linder im Portfolio investiert zu haben. Wenn ich jetzt privat mein Portfolio aufbaue oder investiert bin, dann lasse ich es einfach ein bisschen liegen. Ich muss es nicht 50 Prozent gewichten in meinem Portfolio, sondern ich lasse es einfach ein kleiner Teil und ich lasse es liegen und lasse es entwickeln. Auf meiner professionellen Portfolio-Manager-Seite ist es natürlich schon so, dass ich das im Blick haben muss. Also da kann ich nicht sagen, okay, jetzt bin ich investiert und lasse es zwei Jahre liegen. Die Zeit habe ich da nicht. Da bin ich agiler natürlich. Aber mein privates Portfolio ist es ein sehr interessanter Beitrag. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, sowohl Indien als auch Japan sind natürlich auch zwei Länder, die sich zuletzt nicht so wahnsinnig schlecht entwickelt haben. Vor allem natürlich Japan. Also da ist natürlich auch viel schon davon gelaufen. Ist klar. Also es ist natürlich schon so, dass die Bewertung relativ nachgezogen ist. Aber auch wenn man hier den Langfristvergleich bemüht, ist es tatsächlich schon so, dass das noch einiges an Luft, wenn man die Bewertung im Rückspiegel im Blick hat, ist noch einiges möglich in Japan. Aber ich bin auch der Meinung, dass das Japan strukturell sich verändert und auch von bestimmten Themen profitiert, wie die geopolitische Entwicklung. Also was wir schon auch sehen, sind Unternehmen, europäische Unternehmen, die in Japan investieren, da Produktionsstätten aufbauen, um im Markt Asien präsent zu sein, in einem entwickelnden Land präsent zu sein und ein bisschen ein Gegengewicht dazu, zu China oder der Entwicklung um China herum aufzubauen. Also von dem her, das ist schon interessant. Und was auch wirklich interessant ist, die japanischen Unternehmen verändern sich auch. Es war sehr verkrustet, sehr, sehr, sehr veraltet, sehr traditionell, sehr konservativ, wie die Unternehmen aufgestellt waren. Das verändert sich jetzt langsam und man sieht schon einige, einige Möglichkeiten. Also ich denke zum Beispiel schon an Unternehmen, die ungemein viele Unterinvestitionen oder Beteiligungen an anderen Unternehmen haben. Und da ist schon mittlerweile ein Bewusstsein, auch bei den japanischen Unternehmen angekommen, dass die sich ein bisschen verändern müssen, dass sie, sagen wir mal, aufräumen müssen in ihren Bilanzen und sich klar aufstellen müssen. Ja, das ist das ganze Corporate Governance Thema und nicht mehr diese, ein bisschen mehr Shareholder Value-Gedanke und so weiter. Ja, exakt. Andererseits muss man natürlich sagen, der Yen wird auch nicht auf ewig so günstig sein. Das wird natürlich den Exportunternehmen auch nicht auf ewig helfen. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Ist komplett richtig. Also genau, wenn man sich anguckt, welche Unternehmen gut gelaufen sind, sind es natürlich auch die Unternehmen, die von einem niedrigen Yen profitiert haben, also die exportorientierten Unternehmen. Ja, das muss ich jetzt mal zeigen, wie sich es weiterentwickeln wird. Aber wie gesagt, strukturell glaube ich schon daran, dass sich da auch etwas verändern wird. Und auch bei japanischen Unternehmen darf man auch nicht verkennen, die sind auch gute Dividendenzahler. Also das ist auch einfach ein positiver Aspekt. Wie wichtig ist China im Moment als Investitionsland? In meinen letzten Wochen, nach dem Seng kommt mal so ein bisschen wieder in die Gänge. So in der Hoffnung vielleicht natürlich, dass China auch mal wieder umschellt und ein bisschen kräftiger wachsen möchte. Ist das im Moment ein Markt oder ist das immer noch so ein, naja, ich sage mal mal, so eine schwierige Blackbox, wie wir das so die letzten zwei, drei Jahre natürlich auch politisch bedingt gesehen haben? Ja, China ist relativ schwierig einzuschätzen. Jetzt zuletzt hat sich China besser entwickelt. Das lag aber vor allem auf Grund oder zum Teil der Exportorientierung. Also da hat China viel von dem Leichten, Erstarken der globalen Wirtschaft profitiert, konnte stärker exportieren und hat damit auch ein besseres GDP-Wachstum vermelden können. Also es war mehr extern begründet als intern. China hat intern nach wie vor die Problemhausgemachten Probleme, nach wie vor im Häusermarkt, Häusermarkt-Häuserbereich. Ich würde es jetzt mal neutral einordnen. Also ganz wegschieben würde ich China nicht, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall noch zu früh, da wieder all in zu gehen. Was man sich angucken muss, ist, wie funktioniert oder wie soll das tatsächlich umgebaut werden, das eigene Wirtschaftssystem. Also China hat ja schon mehrfach betont, zum Binnenkonsum, ja. Genau, China hat schon mehrfach betont, dass sie ihr eigenes Wirtschaftsmodell überdenken. Das heißt natürlich auch erst mal reduzierte Wachstumsraten. Das sieht man jetzt schon, ja, da sind wir schon angekommen. Aber ob man jetzt so ganz von dieser Exportorientierung wegkommt, weil es ja dann doch wieder etwas, ja, Belebungen hineinbringt ins Land, ist noch nicht so ganz ausgemacht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist tatsächlich dann, ja, zu sehen, welche politischen Programme auch von der Zentralbank aus die Wirtschaft weiter begleiten sollen. Also China macht schon was, aber traut sich auch nicht, komplett Gas zu geben in Unterstützungsprogrammen, sondern macht ein bisschen was, aber nicht so, dass man sagt, okay, das könnte jetzt eine Wende bedeuten. Genau, also deshalb, da ist man noch so ein bisschen, da müssen wir ein bisschen abwarten, wie sich es weiterentwickeln wird. Aber ganz abschreiben würde ich es nicht. Es ist natürlich, aber man hat schon auch den Eindruck, natürlich schon auch politisch gewollt zu sagen, na, ihr wolltet doch quasi marktwirtschaftliche Prinzipien haben, dann schaut doch mal, wie ihr den Karren aus dem Dreck, in Anführungszeichen, gezogen bekommt, ohne dass wir immer gleich das Füllhorn ausschütten sozusagen. Ja, also ich meine, also was natürlich schon sehr stark diskutiert wird, auch von den, von den, ja, von den globalen Unternehmen, ist die Subventionspolitik Chinas. Also China subventioniert sehr stark. Man sieht es natürlich in Elektroautos. In den wichtigen Sektoren, oder die Sie jetzt im Moment spannend werden. Ja, genau. Also von dem her, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, denn das hat ja natürlich wieder Auswirkungen auf unsere Industrien. Ja, also von dem her ist es, ist es ja rein wirtschaftspolitisch schon ein interessanter Aspekt. Ich meine, wenn man sich jetzt anguckt, was der Präsident, US-Präsident Biden vorschlägt, an Zollentwicklung, ist das schon ziemlich immens. Ja, also da ist schon, ist schon ziemlich immens, weil es natürlich auch letztlich wieder diese, diese handelspolitische Entwicklung betreffen wird. USA, China, also da gehen wir tatsächlich von aus, dass sich die Entwicklung verschlechtern wird. Jetzt nicht so eine 0,1 oder, oder 1,0 Verschlechterung, also nur weiß oder schwarz, sondern es, wir kommen von weiß ungefähr und dann wird es grau, hellgrau, dunkelgrau, bis wir im Schwarz landen. Also sie wird sich verschlechtern, aber es ist so ein bisschen schleichend, der Prozess oder der Prozess dauert einfach eine gewisse Weile. Aber in der Tat wird es nicht besser. Also so ist auch die Einschätzung bei uns. Und, weil Sie sagten, Europa ist natürlich sehr günstig im Moment bewertet, aber man muss natürlich auch sagen, sagen wir mal, die Dynamik in Europa ist natürlich auch, mit ein paar wenigen Ausnahmen, natürlich auch nicht mehr so wahnsinnig hoch im Moment. Also wir haben ja eine, eine eher eine Verkleinerung dieser Zyklen und auch der Dynamik, die wir, die wir in der Wirtschaft erleben. Also es sei denn, wir kriegen in zwei Jahren wieder irgendwie eine Superglobalisierung, was unwahrscheinlich ist. Ja klar, also ich meine, das ist natürlich schon so, dass, dass sich einige Länder schwer tun in Europa, allen voran natürlich auch Deutschland, auch mit dem eigenen, ja, Geschäftsmodell, mit der eigenen, ja, Struktur der Industrien. Wir tun uns da schon schwer, wobei natürlich die kleinen, mittleren Unternehmen noch relativ gut, ja, ganz gut wirtschaften. Die sieht man vielleicht nicht immer so direkt, weil die ja natürlich nicht gelistet sind, sondern, sondern, also gerade Mittelstandsunternehmen oder Hidden Champions, wie man sie nennt, weil die nicht gelistet sind, sondern wir sehen natürlich nur die großen, prominenten Namen, die in den Industrien sind, wo einfach auch strukturelle Veränderungen da sind. Also Chemieindustrie tut sich schon schwer mit den hohen Energiepreisen. Das ist schon ein Aspekt, aber auch, ja, unsere Autoindustrie verändert sich ja auch, ja, und dieser Strukturwandel, der ist eben auch nicht ganz, ganz leicht zu verarbeiten. Von dem her, ja, bei anderen Ländern, wenn ich jetzt zum Beispiel an die südlicheren Länder denke, Griechenland oder auch Spanien, die profitieren zum Beispiel sehr stark auch vom Tourismus und vom Service, ja, also die haben einfach eine eigene, eine andere Konjunktur, als wir es haben, ja, in Deutschland beispielsweise. Und man hat nicht, es ist so ein bisschen unterm Radar hergeflogen, dass Italien nach Japan der zweitstärkste Markt in diesem Jahr war, was indexheitlich ist. Ja, in der Tat. Und man vergisst natürlich auch, finde ich, immer bei allem Gejammern natürlich auch, das wir in Deutschland haben und teilweise, die Kritik ist ja durchaus berechtigt, auch bei uns hier, wenn wir über die Wirtschaftspolitik reden, vergisst man auch immer gerne, dass der DAX auf All-Time-Arche steht und der Eurostox zuletzt jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht lief. Es wird immer so ein bisschen unterschätzt eigentlich. Ja, es wird unterschätzt. Aber ich meine, da gibt es ja auch die Gründe. Zum einen läuft die tatsächlich die Konjunktur besser als erwartet oder die Konjunkturindikatoren lassen mehr oder eine bessere Entwicklung noch erwarten in der Zukunft. Das ist das eine. Und zum anderen ist natürlich schon so, dass das, was wir am Anleihenmarkt gesehen haben, also diese Renditeentwicklung, in dem Fall nach oben, seit Jahresanfang, gar nicht so den Aktienmarkt eingebremst hat. Also der Aktienmarkt ist da noch relativ zuversichtlich, dass irgendwann mal Zinssenkungen kommen. Von dem her ist da jetzt die Sorge bei den Investoren am Aktienmarkt nicht so groß wie am Anleihenmarkt. Da komme ich gleich noch dazu zu diesem Thema. Wenn wir jetzt mal so die Länder so durch sind, was sind denn jetzt im Moment so spannende Sektoren, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte? Also natürlich ist AI und Tech irgendwie ein Thema. Das haben wir alle mitbekommen und zuletzt auch natürlich Energie und Versorger. Aber das ist ja auch nicht alles auf dem Planeten und dem Universum. Und vieles ist ja doch noch auch zurückgeblieben, was vielleicht interessant sein könnte. Ja. Also es ist schon so, grundsätzlich sind wir als Haus schon der Ansicht, dass wir bei allen positiven Konjunkturentwicklungen, die ich jetzt gerade so beschrieben habe, insgesamt aber absolut, die Wirtschaftsentwicklung einfach schwächer ist als in den vergangenen Jahren. Also das ist einfach Fakt und deshalb sind wir tatsächlich etwas vorsichtiger, sagen auch, dass diese höheren Zinsen ihren Effekt haben werden auf die Unternehmen, aber auch auf die Haushalte, auf die Konsumenten. Von dem her ist es schon so, dass wir sagen, ja, wir sind zwar positiv gestimmt, aber wir sind etwas vorsichtiger dann tatsächlich in der Allokation oder in der Auswahl und dann komme ich zu den Sektoren beziehungsweise fange auch erst mal wieder mit den Faktoren an und sage, ja, auf was setzen wir denn? Wir setzen auf jeden Fall auf Qualitätsunternehmen. Und das ist vielleicht auch erst mal losgelöst von den Sektoren. Aber Qualitätsunternehmen, ja, wissen wir ja, das sind Unternehmen, die entweder ein besonderes Geschäftsmodell haben, die Produkte anbieten, die unschlagbar sind, ja, die so ein anderes Unternehmen nicht unbedingt anbieten, die meine Teilen eine sehr, sehr klare Bilanz haben, eine niedrige Verschuldung haben. Das sind einfach Qualitätsunternehmen. Also man setzt da auf diese Unternehmen, die sind natürlich zum Teil auch hoch bewertet. Man also dann schon genau hinsehen muss, sind die Erwartungen an die Unternehmen dann auch vermeintlich gerechtfertigt und gehe ich dann als Investorin davon aus, dass diese Erwartungen füllt werden. Also das sind wir jetzt bei den Qualitätsunternehmen. Was auch interessant ist, ist beispielsweise in Japan die Value-Unternehmen, also das sind Unternehmen, die noch eine niedrige Bewertung haben. Grundsätzlich profitieren Value-Titel oder Value-Aktien sehr stark von steigenden Zinsen. Und irgendwann ist eigentlich auch mal davon auszugehen, dass wir in Japan, also irgendwann, also schon in diesem Jahr auch mal davon ausgehen, dass wir in Japan auch mal eine Umkehr ihrer sehr starken Niedrigzinspolitik haben. Das heißt, da kann man tatsächlich, wenn die Zinsen dann drehen, auch hier von Titeln profitieren, die eine sehr niedrige Bewertung haben. Also von dem her vielleicht auch als interessanter Tipp, sich dann tatsächlich unterbewertete Aktien anzusehen in Japan. Kommen wir mal zu den Sektoren. Also was wir auf jeden Fall interessant finden, nach wie vor, sind Software-Unternehmen oder Unternehmen aus dem Bereich Software-IT, nicht unbedingt Hardware, sondern tatsächlich Software, weil die ganz anders auch Kapital nicht intensiv arbeiten müssen, wie beispielsweise Hard-Tech-Unternehmen. Interessant finden wir auch nach wie vor Pharma-Titel und zwar weltweit, weil die einfach eine Mischung haben aus guten Gewinnerwartungen, aber auch so einen defensiven Tilt haben, also durch die Zyklen hindurch und dann natürlich auch die Hoffnung auf jeweils nach, da muss man auch wieder genau hingucken, nach einzelnen Medikamenten oder einzelnen Themen. Nur beispielsweise diese Abnehmensprinze, genau. Also da hat man durchaus einfach auch Möglichkeiten, bei bestimmten Themen zu profitieren. Interessante in Europa sind Finanzwerte nach wie vor, sind relativ niedrig bewertet noch, haben aber sehr, sehr gute auch hier Politik, ihren Aktionären gegenüber als Ausschüttungen, haben auch gute Returns, also haben einfach, sind profitabel auch, haben eine gute, ja, gute Bilanzentwicklung, gute Geschäftsentwicklung. Also da, das sind so die Themen, auf die wir, auf die wir setzen. Interessant auch, ja, jetzt überlege ich gerade die deutsche Übersetzung, also Consumer Discretionary, also ein bisschen hochwertigere Konsumgüter, auch interessant. Weiter interessant, ich höre gleich auf, aber weiter interessant finde ich, das ist das, was uns alle interessiert. Gut, weiter interessant finden wir auch Industriegüter, hier vor allem aber auch Bereich, Bereichen auch Luft, Luftfahrt, Technik, oder auch, ja, bestimmte, ja, Lösungs, ja, Sicherheitslösungen auch gerade bei, in den, in den Bereichen. Also es gibt, es gibt schon, es gibt schon viele, viele Sektoren oder dann auch, ja, Branchen, in die man hineingucken kann und aufklappen kann und da findet man schon seine Themen und strukturell auch für uns immer wieder wichtig, auch künstliche Intelligenz nach wie vor als strukturelles Thema. Das wird nicht wegbleiben, das wird nicht verschwinden, das ist ja alles. Ja, in der Tat, in der Tat, das wird nicht verschwinden und aber auch, ja, nochmal ein Blick auf, auf den Energiewandel, ja, auch hier gibt es, gibt es viele mögliche, mögliche Investmentbereiche, also grünen Stahl, nur ein kleines Beispiel, aber hier tatsächlich, wenn ich jetzt Privatanlegerin wäre, würde ich da auch eher der Expertise, ja, von einem professionellen Anleger vertrauen und, der das so ein bisschen durchblicken kann. der das so ein bisschen durchblicken kann, denn manche Bereiche, gerade aus den erneuerbaren Energien, sehr disruptiv, also wirkt jetzt nur mal an, an die ganzen Solarpanelen vor, vor Jahren, also da muss man schon genau auch ein bisschen Einblick haben, in die die Entwicklung in der Branche ist oder auch wie der Weltmarkt da einfach funktioniert. Ja, es sind ja nicht alle quasi auf dem gleichen energiepolitischen Weg unterwegs quasi, wie jetzt beispielsweise Deutschland, das macht das immer alles ein bisschen komplizierter, aber es ist in der Tendenz natürlich schon so, dass klassische, zyklische Sachen, höre ich raus, eher hinten runterfallen im Moment. Ja, also, ja, sie fallen eher runter, ich würde aber auch sagen im Moment deshalb, weil die Bewertung hier schon relativ hoch ist, also was man sich natürlich schon immer anguckt auch, ist die Entwicklung zyklische Werte versus defensive Werte. Da hatten wir jetzt dann zuletzt wieder einen deutlichen Schub an zyklischen Werten und wenn man die Wertentwicklung der zyklischen Werte mal gegen den Einkaufsmanager-Index ISM in den USA gegenlegen möchte, gerade vor allem Manufacturing-Index, da sieht man, da ist schon ziemlich viel weit, viel, viel weg, vorweg genommen und diese zyklischen Werte sind eben einfach schon weit gelaufen. Das sieht man, sieht man sehr deutlich. Deshalb wäre ich an deren Stelle ein bisschen vorsichtig plus eben der zweite Aspekt zu sagen, naja, also so richtig über Potenzial powern die Länder in dieser Welt, vor allem in den Develop-Markets nun auch nicht. Also wir haben eine moderate, okaye Wirtschaftsentwicklung, aber es ist eben nicht, ja, das schießt nicht über das Potenzial hinaus. Wie wichtig ist die Makroanalyse für euch jetzt im Portfolio-Management jetzt im Moment? Ja, sie ist schon wichtig, denn da hängt auch viel der Einschätzung der, ja, Zinspolitik zusammen. Also derzeit ist es tatsächlich ein sehr starker Fokus, wenn ich jetzt wieder kurzfristig an meine Portfolien denke, würde ich sagen, naja, so 80 Prozent ist Einfluss derzeit die Entwicklung hinsichtlich Zinsen, ne, reflektiert. Das heißt, von dem her ist natürlich der Blick auf die Konjunkturindikatoren, auf die Makroentwicklung schon sehr, sehr wichtig. Das war vielleicht mal ein bisschen anders, aber derzeit ist es wichtig, was natürlich auch mal Phasen gab, es war eigentlich nur die Zentralbankpolitik von Belang war. Ist so, ja. Klar, ist jetzt derzeit auch aber aus einem anderen Beweggrund, tatsächlich, weil realwirtschaftlich was anderes dahinter steht. Nee, weil ich komme so ein bisschen in das Rögen drauf, weil wir natürlich auch im Zuge dieser ganzen Diskussion über Inflation und Zinsen, wenn wir jetzt mal die USA als Paradebeispiel nehmen, ja auch sehr viel schon wieder so ein bisschen am Kippeln sehen, aber auch nicht so richtig. Also es ist so, die ISM-Einkaufsmanager in die Serie, es kommen mal doch alle wieder ein bisschen runter und jetzt mittlerweile auch mal wieder unter 50, also zeigt auch kein Wachstum mehr an. Also so diese, aha, die USA laufen durch, ist jetzt vielleicht doch keiner, wie man in Bayern sagt, warte Wiesen. Andererseits ist es auch nicht schlecht oder zumindest nicht katastrophal, dass man sagt, aha, jetzt kippt wirklich alles weg und mal sehen, wie hohen Zinsen und wir kommen vielleicht doch auf irgendeine Form von Landing und können danach eben weiterspielen, die Gegenbewegung. Auch da haben wir ja nicht diese saubere Zyklik, die man erkennt. Eben, also das ist ja genau ein Aspekt, den wir vorhin diskutiert haben, dass es eben nicht so ein klarer, sauberer Zyklus gibt. Ich kann meine Investitionen machen, ich habe mich positioniert und dann geht das schon so auf, halbwegs, nee, das ist eben nicht der Fall. Was auch interessant war, war beispielsweise die Vermeldung der letzten US-Arbeitsmarktdaten, die einmal im Monat kommen und man hat hier schon so eine Abkühlung am Arbeitsmarkt gesehen, die Arbeitslosenrate ist jetzt bei 3,9% in den USA, also es ist ein bisschen angestiegen, aber im Prinzip, was ist passiert? Die Kapitalmärkte haben sich eher darüber gefreut. Genau, Good News Bad News, das ist so jetzt im Moment die Phase. Genau, anstatt irgendwie zu sagen, oh, jetzt habe ich aber Angst und jetzt muss ich alles wieder rückabwickeln, das ist nicht eingetreten. Muss man mal sehen, wie sich es weiterentwickelt, aber in der Tat, klar, der ISM, der ist jetzt dann auch wieder unter 50 gelandet im verarbeitenden Gewerbe, ist ein bisschen abgekühlter als das, was wir da vorgesehen haben in den Monaten, aber man muss es einfach weiter im Blick haben, einfach die Entwicklung weiter im Blick haben. Auch jetzt am Freitag kamen die Verbraucherdaten in den USA, das ist immer eine sehr große Umfrage, die University of Michigan macht eine große Verbraucherumfrage. Auch hier sieht man ja eine deutliche Zurückhaltung in den Antworten der Konsumenten, Inflationserwartungen sind auch wieder leicht gestiegen, alles im Rahmen, aber natürlich geht es immer um die Veränderung, also Veränderung der vorher herangegangenen Werte oder Umfrage, letztlich kommt es darauf an. Und da komme ich, ziehe ich jetzt den Bogen zum Thema Anleihen, weil wir natürlich jetzt nochmal diesen Anstieg bei den Renditen gesehen haben. Wo kommt, da scheiden sich die Geister dran, historisch, wo kommt der Punkt, an dem die Renditen den Aktien wehtun? Ja, da scheiden sich natürlich die Geister. Ich meine, im Prinzip müsste man eigentlich sagen, bei einem Zentralbankzins von 25,50 in den USA müsste das den Aktien wehtun. Hat ja auch so ein bisschen schon wehgetan, aber das wurde dann alles wieder umgedreht, umgekippt, irgendwie dann in die andere Richtung. Ja, es ist schwer, schwer zu sagen, denn es ist so ein bisschen bei den Aktienmärkten mehr so das Thema Hoffnung oder Erwartung. Also selbst, wenn ich noch ein bisschen höher wäre in meinem Zinsniveau, ich aber die Erwartung habe, gut, damit ist jetzt auch die Fahnschlange erreicht, wirklich vorbei, genau, und danach kann es wieder drehen, heißt das nicht unbedingt, dass dadurch der Aktienmarkt groß in Panik gerät. Also was natürlich schon schwierig wäre, wenn ich auch wieder an Szenarien denke, was natürlich schon schwierig wäre, wäre die Idee zu sagen, okay, bis auf weiteres kommen keine Zinssenkungen, also bis auf weiteres 2024, aber auch 2025, also das wäre schon eine massive Maßgabe an den Aktienmarkt. Also ich glaube, da würde tatsächlich ja erstmal wieder, was heißt Panik, aber auf jeden Fall eine Rückabwicklung entstehen. Die Euphorie oder die Freude wäre erstmal dahin. Schwierig wäre natürlich auch die Maßgabe, ja, wir müssen jetzt hier weiter die Zinsen erhöhen, weil die Inflationsdaten immer noch stärker, ja, oder sich stärker halten, als man eigentlich auch angenommen hat. Ist ja schon so ein bisschen so, also man hat natürlich schon so die Erwartung gehabt, dass die Inflation oder die Preissteigerung nicht mehr so stark sich entwickelt. Ist ein bisschen schwierig, denn, ja, es ist einfach, wir sagen ja, klebrig, sticky, also die Inflation oder die Preissteigerung Erhöhung sind einfach noch sticky. Wir bewegen uns mehr Richtung 3, über 3 Prozent als Richtung 2 mit Zentralbank-Ziel, aber vielleicht muss man ja auch ein bisschen Geduld haben, also unsere Erwartung ist schon, dass wir uns so langsam dann aber auch wieder den, ja, irgendwann mal dem Zentralbank-Ziel, langsam dem Zentralbank-Ziel von 2 Prozent nähern. Und trotzdem ist es, natürlich, man hat ja gesehen, quasi mit dieser kleinen Korrektur, die wir da hatten, man kann es schon gar nicht mehr Korrektur nennen, diese kurzen minus 5 Prozent-Dipp, wie schnell das so gekippt ist auf von, naja, das läuft schon alles, so das Szenario, das Sie jetzt als Hauptszenario auch so ein bisschen beschreiben, was für alle ja irgendwie so das Common-Sens-Szenario ist, auf, hoppla, wieso reden wir jetzt über Zinserhöhungen? Also so dieses, ich weiß gar nicht, wie man es nennen kann, ist es so eine fröhliche Naivität, sagen wir mal, in der breiten Masse der Investoren hatte man immer den Eindruck, naja, das läuft schon so ungefähr durch und dann kam aber so ein kurzes Aufflammen, es könnte vielleicht doch nicht so laufen und dann wurde es plötzlich sehr hektisch, natürlich auch auf der Rendite-Seite und dann ist das relativ gut wieder eingefangen worden, natürlich durch ein paar schwächere Zahlen, das hat dann gereicht, um das Ganze wieder in dieses Normal, was auch immer normal ist, mal zurückzubringen. Ja, genau. Und das ist natürlich schon interessant eigentlich zu sehen, wie schnell das so ein bisschen immer hin und her switcht. Ja, aber das ist auch wieder der Aspekt Unsicherheit. Dadurch, dass ich eben noch nicht eine klare Perspektive habe, ich habe keine Forward Guidance von der Zentralbank, von der US-Zentralbank, habe ich nicht. Also dadurch, dass ich immer mich noch in so einem unsicheren Rahmen bewege, ist es natürlich schwierig, mich zu positionieren und dann wird es auch öfter mal hektisch hin und her gehen. Aber ich bin schon der Meinung, dass, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ins Jahr 2022 zurückdenke oder Anfang 2023, die Unsicherheit, die ich dort hatte, während des Zeitraums, deutlich eine geringere Unsicherheit ist, als ich sie jetzt habe. Also jetzt habe ich, klar, meine Zinsen sind am Peak. Ich gehe nicht davon, ich persönlich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt noch mal Zinssteigerungen sehen von Seiten der Zentralbanken. Ja, kann immer mal was, was unerwartet das passieren, aber so, wie sich es weiterentwickeln wird, gehe ich nicht davon aus, dass wir noch weitere Zinserhöhungen sehen werden. Also das heißt, wir haben natürlich schon ganz, wir sind schon viel weiter in der Entwicklung. Also ich warte jetzt eigentlich eher darauf, wann die Zentralbanken anfangen zu senken und in Europa geht man durchaus davon aus, dass im Sommer die EZB schon diesmal vor der FED, Wahnsinn, Wahnsinn. Die entscheiden mal alleine. Genau, da sind wir mal gespannt, aber gut, der Markt geht auch davon aus, dass wir im Juni oder, ja Juni, kann auch Juli sein, ja die erste Zinssenkung auf Seiten der EZB sehen. Gut, wir sind natürlich hier in Europa, haben auch andere quasi Vorzeichen im Moment als die Amerikaner bedingt durch das Wachstum. Aber um nochmal kurz zu den Anleihen zurückzukommen, ab wo kommt denn der Punkt, wo Anleihen wieder interessant werden für Privatanlänge? Also Anleihen sind jetzt schon sehr interessant. Also nach wie vor sind Anleihen interessant auf diesem Zinsniveau. Also da komme ich dann jetzt auch ins Bereich von Mischanlagen oder Mischfonds oder Malti-Asset sind Anleihen einfach sehr interessant aufgrund der, wirklich der interessanten Rendite. Also die sind interessant und wenn ich davon ausgehe, dass ich ja dann auch Zinssenkungen sehen werde, das heißt die Renditen werden entsprechend mitatmen, ist es natürlich noch interessanter, weil ich dann auf der, auf der, ja Wertentwicklungsseite der Papiere ja auch noch einen positiven Schub sehen werde. Also ich habe einen hohen Zins und unter Umständen sehe ich dann ja auch noch eine positive Wertentwicklung in den Kursen. Also von dem her sehr interessant. Aber auch hier ist es natürlich schon wichtig, sich genau die Themen rauszusuchen oder die Anleihen rauszusuchen, in die ich investieren möchte. Also beispielsweise in europäische Unternehmensanleihen. Die sind sehr interessant. Die sind auch nicht so ganz hoch bewertet wie US-Unternehmensanleihen, gerade im sicheren Bereich, also im Investment-Crate-Bereich. Und es ist natürlich die Diskussion, die wir jetzt auch schon seit bald einem Jahr führen, ist immer die Frage, wann gehen wir denn eigentlich von Kürzen auf längere Laufzeiten und Durationen ab? Wo kommt denn eigentlich der Punkt, wo es interessant wird? Da fing man natürlich im letzten Jahr im Sommer schon an, immer mal drüber zu reden und zu sagen, jetzt könnt ihr mal so langsam. Das wäre ein Fehlgriff gewesen, weil wir natürlich zwei so Strohfeuer hatten in diesem Jahr. Ja, es ist natürlich nicht ganz einfach, mit dieser inverse Inversen-Zins-Strukturkurve zu erarbeiten. Also das Inverse-Zins-Strukturkurve heißt einfach, dass mein kurzfristiger Zins höher ist als mein langfristiger Zins. Es ist eigentlich keine normale Strukturkurve, denn wenn ich für länger Geld ausleihe, erwarte ich auch einen höheren Zins, als wenn ich für kürzer Geld ausleihe. Und dann kämpfen wir tatsächlich an dieser Inversen-Zins-Struktur, denn das sieht man auch in der Positionierung, die Assets an der Management, die von Geldmarktfonds gemanagt werden derzeit, die sind auf einem absoluten Rekordhoch. Kann ich auch nachvollziehen, denn ich bekomme hier ja vermeintlich risikolos quasi den höchsten Zinspunkt. Ich war nur so ein bisschen davor zu sagen, all in, alles in diese Geldmarktfondsanlage, denn ich muss ja auch wieder positioniert sein für die anderen Bereiche im Anleihensegment, dann wenn die Zinsen drehen oder wenn ich mal diese Inverse-Zins-Strukturkurve mich mal langsam abarbeiten sehe, dann ist es natürlich schon so, dass ich schon eigentlich positioniert sein sollte. Also das heißt, nicht nur im kurzfristigen Anleihensegment, sondern durchaus auch auf der längeren Kurve. Ich meine, wenn wir uns so die zehnjährige Rendite derzeit ansehen, USA sind wir bei vier und halb ungefähr, vier und halb Prozent, in deutschen Bundanleihen sind wir so bei zweieinhalb Prozent, also gerade die USA wird da schon, finde ich schon, wieder langsam interessanter, denn gerade, wenn wir die Idee haben, ja irgendwann müssen ja mal ein Cut kommen oder zumindest auch keine Erhöhung kommen, dann bin ich ja mittlerweile auch schon auf so einem Level, wo ich sage, okay, so viel sehe ich da jetzt auch nicht mehr. Also wirklich, mein schlimmstes Szenario wären fünf Prozent in der zehnjährigen US-Anleihe, das wäre jetzt für mich als Investorin, wo ich sage, okay, da habe ich noch mal so ein Level erreicht, aber auf den Levels, auf denen wir jetzt sind, ist es schon durchaus interessant, sich schon zu positionieren. Und Sie haben es gesagt, europäische Unternehmensanlagen eher als die Amerikaner natürlich. Was ist mit, auch da scheiden sich ein bisschen immer die Geister dran, eigentlich mit dem High Yield-Segnent. Gibt es dann wirklich zwei Lager von eigentlich schon viel zu teuer, die Spreads sind eigentlich nicht attraktiv genug, zu, nee, da geht schon noch mal ein bisschen was. Ja, wäre ich jetzt eher auch persönlich vorsichtiger beim High Yield-Segment. Also zum einen ist natürlich schon viel passiert und zum anderen sind die natürlich auch stärker vom Wirtschaftszyklus abhängiger. Klar, natürlich, wenn ich eine Unternehmensanleihe kaufe, habe ich ja zwei Arten von Risiken, das sind Änderungsrisiko und das Kreditrisiko und da ist natürlich klar, dass das Kreditrisiko bei einer High Yield-Anleihe viel höher ist und damit auch die Sensitivität auf wirtschaftliche Entwicklungen viel stärker sind und gerade, weil wir ja schon diese Einigung der Spreads gesehen haben, sehr stark, ist es auch nicht mehr so attraktiv. Also von dem her würde ich eher davon absehen, wenn ich wirklich hohe Renditen haben möchte, würde ich auch mich eher nach Emerging Markets auch hier orientieren und mir schon gezielt Länder raussuchen, die auch eine hohe Rendite bieten und auch relativ, das kann man auch gut selber machen, relativ stabil sind, auch im Wirtschaftszyklus oder auch im Vergleich zur Anfälligkeit von einem höheren Dollarkurs oder Zinsen aus den USA. Also da gibt es durchaus viele Möglichkeiten in Emerging Markets, würde ich eher wählen, dort in Anleihen zu investieren als jetzt im High Yield-Segment. Und es ist ja auch die Frage, warum man sich ausgerechnet da das Risiko nehmen müsste, weil das Risiko könnte ich jetzt auch Probleme in den Aktienmarkt packen und die Anleihe eben eher als Stabilisierer reinholen. Ja, das ist absolut richtig. Natürlich eine Asset-Klasse, die jetzt in letzter Zeit wieder so ein bisschen mehr in den Fokus rückt, ist das Thema Rohstoffe. Man könnte schon fast sagen, Asset-Klasse der Stunde so ein bisschen. Dr. Kopper ist irgendwie plötzlich im Höhenflug, auch Ölpreis ist natürlich bedingt durch allerlei Unsicherheiten wieder deutlich gestiegen. Wie wichtig ist das Thema Rohstoffe jetzt im Moment im Portfolio? Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Ich meine, warum sind auch die Rohstoffe auch gut gelaufen? Also ja, klar, also gerade die Industriemetalle, weil wir es ja vorhin diskutiert haben, Hoffnung auf die globale Konjunktur. Da profitieren natürlich Industriemetalle. Wenn man sich anguckt, was seit Jahresanfang ja mit am besten gelaufen ist, dann sind es tatsächlich die Industriemetalle, Silber zum Beispiel, Öl, geopolitisch, aber auch zyklisch und natürlich auch, ja, wie gesagt, Gold und dann die Aktien. Bei Öl oder Energie ist das ganz interessant. Ich würde es tatsächlich auch im, weil wir vorhin über Sektoren oder Branchen sprachen, finde ich es ganz interessant, auch in einem Aktienportfolio beizumischen, Energieunternehmen oder Energietitel, um auch hier so ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen, denn wenn die Ölpreise weiter steigen, werden zyklische Unternehmen etwas höhere Produktionskosten haben und damit der Kurs unter Umständen leiden oder deren Gewinnschätzungen wieder leiden, so kann ich selber einen kleinen Puffer einbauen in meinem Portfolio, wenn ich sage, ich investiere auch in Energietitel, Energieunternehmen. Aber ja, die Rohstoffe sind auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt im Portfolio und derzeit für mich eher auf der Industriemetallseite Öl und Gold. Industriemetalle finde ich insofern eigentlich spannend, wenn man den, den Preisanschieck nimmt, beispielsweise beim Kupfer oder so, deckt sich jetzt nicht so wirklich mit dem, was man an potenziellen Produktionsausweitungen im Moment sieht, weltweit im globalen Industriesegment. Das ist eigentlich viel vorweggenommen. Oder es ist ein sehr starkes Signal, dass vielleicht doch mehr passiert als nach oben, als wir bisher so alle einpreisen. Nee, es ist, ich meine, die hat natürlich eine schwierige Zeit, Industriemetalle, also von dem her ist einfach auch ein Nachholeffekt wieder da. Ich finde es auch interessant, also ich beobachte das auch weiterhin, ist auch schon einiges vorweggenommen, aber durchaus auch hier, das ist ein interessanter Puffer im Portfolio, wenn man auch an Korrelationen denkt, also wie, wie gewichtige, wie gewichtige ich, welche, welche Assetklassen im Portfolio, sind Industriemetalle auf jeden Fall ein guter, guter Aspekt. Was natürlich schon auch ist, ist Öl nach wie vor ein wichtiger, wichtiger Treiber und auch Gold und Gold ist tatsächlich so eine Art Sicherheitspuffer im Portfolio, also strukturell sind wir meistens so mit zwei, drei Prozent Gold in den Portfolien gewichtet, um auch hier diese geopolitischen Schwankungen ausgleichen zu können. Ist das eine Position, die ihr sehr aktiv verfolgt, auch bezogen auf Geopolitik? Also ja, also im Prinzip, ja, also alle, alle Positionen werden aktiv verfolgt, das ja. Dass ihr nichts blind liegen lasst, ist schon klar. Ja genau, also blind liegen lassen wird nichts, aber ich fühle mich da wirklich seit Jahren wohl mit einer Goldposition um die drei Prozent, die wird mal aufgebaut oder, oder reduziert. Das heißt, wenn ich über drei Prozent laufe, dann nehme ich dann mal die, die 40 Basispunkte Gewinn mit und reduziere wieder auf, auf die drei Prozent. Also von dem her, das, das, das läuft schon mit. Klar, ich meine, was man bei Gold, das wissen wir alle beachten müssen, ist, Gold liefert erstmal mir keinen Zins. Das ist schon klar. Aber Gold, das ist sehr stabil, jetzt auch natürlich die gute Wertentwicklung gehabt, auch im Vergleich zu dem, was wir, was wir in den Zinsanstieg gesehen haben, war vielleicht nicht so erwartet, aber wie gesagt, mit Gold rein aus geopolitischen Aspekten ist es auf jeden Fall ein guter, guter Beitrag im Portfolio. Und Öl ist so ein bisschen der, in Anführungszeichen, positive Hedge für geopolitisch negative Auswirkungen. Genau, kann man das so? Ja, exakt. Ja, das auf jeden Fall, ja. Wie wichtig, wir haben ja gesagt, wollen wir auf jeden Fall am Ende nochmal drüber reden, weil ihr natürlich mit Anna Rosenberg, die schon im Januar bei uns zu Gast war, war es ein super spannendes Gespräch, by the way. Wie wichtig ist, sind so geopolitische Analysen und auch Szenarien in eurer täglichen Portfolioarbeit? Also wie hoch ist der Stellenwert, dessen ihr dem Ganzen zu sprecht oder widmet? Ja, es ist schon interessant. Also wenn man mich jetzt fragen würde, haben wir ja auch diskutiert, wo sind jetzt gerade die kurzfristigen Stellschrauben im Portfolio? Dann sage ich Konjunktur, Zinsen, Zentralbank. Ja. Relativ straight. Straight, ja. Allerdings ist es tatsächlich so, wenn man mich fragen würde, ja, so sind die mittel- und langfristigen, dann würde ich sofort die Geopolitik aufrufen oder auch die Außenhandelspolitik oder der Außenhandel, die Entwicklung der Globalisierung sofort mittelfristig. Aber dieses mittellangfristige übersetzt sich auch irgendwann ins kurzfristige. Also deshalb ist es absolut wichtig, diese Themen genauso mitlaufen zu haben oder mit zu begleiten für mich als Portfolio-Managerin, damit ich dann zu gegebener Zeit auch wieder andere Weichen in den Portfolien stellen kann. Also hier ist es auch wichtig zu hören, was machen die Unternehmen? Also es ist zum Beispiel schon interessant, ja, auch die US-Wahl ist ein Thema, ist jetzt aus meiner Sicht noch ein bisschen weiter weg, aber das ist jetzt nur meine Sichtweise, aber sobald da mehr Traktion reinkommt in den Wahlkampf, wird es sich sehr schnell auch in den Märkten widerspiegeln. Und da ist es natürlich jemanden zu haben wie die Anna Rosenberg als wirklich ausgewiesene Geo-Expertin bei uns im Haus sehr, sehr wichtig, denn sie ist in dem Sinn kein Portfolio-Management-Background, so wie ich es habe, sondern sie ist tatsächlich absolute Expertin in dem, was da draußen in der Geopolitik passiert. Und was wir gemacht haben in unserem Haus sind tatsächlich auch im Portfolio-Management Arbeitsgruppen ist jetzt, das klingt zu niedrig, aber wir haben Gruppen gebildet, die sich wirklich mit diesen relativ mittellangfristigen Szenarien beschäftigen und uns dann zu überlegen, was heißt denn das jetzt für bestimmte Regionen, für bestimmte Länder oder für bestimmte Investmentansätze, die wir haben. Also von dem her ist da schon viel passiert und auch hier wieder, wenn ich zehn Jahre zurückdenke, haben wir nicht mit geopolitischen Experten zusammengearbeitet. Das hat sich schon stark verändert. Ja, da hat man gesagt, politische Börsen haben kurze Beine und dann haken dran nach vier Wochen, aber so einfach ist es nicht mehr. Also wenn man natürlich nur mal allein den China-USA-Komplex beispielsweise nimmt, da hängt schon sehr viel dran, was man dann, aber es ist natürlich, stelle ich mir jetzt relativ, insofern sehr theoretisch vor, weil man sich natürlich mit Dingen beschäftigt, die vielleicht in irgendeiner Form irgendwann mal kommen und dann sollte man halt irgendwie einen Plan haben. Das ist ja eher, glaube ich, in der Richtung. Ja, also wenn man den Unternehmen jetzt auch wieder in der Berichtssaison zuhört oder mit den Unternehmensgesprächen, also Unternehmen, mit denen wir Gespräche führen, da ist es mal so ein bisschen auf Bord, da kommt schon viel Geopolitik durch. Klar, da kommen natürlich auch die kurzfristigen Sorgen durch oder die kurzfristigen Nöte oder Aspekte, aber Geopolitik ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großes Thema. Also am Ende ist dann das, was vermeintlich mittel- und langfristig ist, dann doch sofort greifbar und sofort präsent. Also von dem her, ja, es ist, aber auch hier wieder die Komplexität insgesamt hat einfach zugenommen und dazu gehört natürlich auch die geopolitische Entwicklung und wir leben tatsächlich jetzt in einer anderen geopolitischen Welt als vor noch ein paar Jahren oder vor einem Jahrzehnt. Das ist schon so, ja. Und es ist ja eigentlich auch nicht nur natürlich das Thema China-USA, sondern die USA alleine spielen ja schon auch politisch so ein bisschen ihr eigenes Spielchen. Man sieht das jetzt schon auf einer einfachen Ebene mit so einem Inflation Reduction Act, was ja nun mal einfach ein Subventionsprogramm ist für den heimischen Standort und wenn man natürlich auch so ein bisschen, ihr habt da an der Rosenberg auch noch ein bisschen im Hinterkopf, sich natürlich auch mit Trumps potenzieller Wirtschaftspolitik auseinandersetzt, dann wird da auch viel auf europäische Unternehmen zukommen an Themen Strafzöllen und so weiter und so fort. Und das sind natürlich Dinge, die man auch eher kurzfristig dann auf den Schirm hauen muss. Ja, ja, ist absolut richtig. Also das wird sich jetzt intensivieren. Also bislang 50-50, ja, Biden oder Trump, je nachdem, wer da noch fit genug ist, um dann den Wahlkampf anzudrehen. Das ist die Frage, genau. Aber davon mal abgesehen, nein, nein, im Gottes Willen, also 50-50 Chance und es ist ja offenes Rennen derzeit, aber sobald da die Signale in die eine oder andere Richtung geht, dann kann man sich auch schon ein bisschen stärker positionieren. Ja, und tatsächlich ist es so, wenn Trump wieder gewählt wird, ist es vielleicht für die US-Börsen erstmal positiver, weil einfach mit weniger, also weil eher tatsächlich mit Steuererleichterungen dort zu rechnen ist als Steuererhöhung, im Gegensatz zu den Plänen von Biden, der eher Steuererhöhungen dann anvisiert. Allerdings geopolitisch, um da wieder zurückzukommen, für uns, ja, Rest der Welt, NATO, aber auch Europasicherheitspolitik in eine ganz andere Ansage an uns gerichtet werden wird. Das wird schon Veränderungen geben, ja. Und was das Thema Handelsangeht, hat man immer den Eindruck, da sind die beiden gar nicht so weit voneinander entfernt mittlerweile. Ja, es ist interessant. Also der Trump, was man sich so angucken kann, was er verlautbart, das ist relativ breit zum Thema Handelskrieg. Ja. Bei Biden ist es so ein bisschen kanalisiert Richtung China, aber ich würde mich da als Europa auch nicht entspannt zurücklehnen. Da schwingt auch durchaus was mit. Also ja, in der Tat ist richtig, beim Trump ist es mehr so ein Rundumschlag, ja. Ja, so kennt man ihn. Alle erst mal erschlagen und auch nicht so ein Geben und Nehmen, sondern erst mal Ansagen an 360 Grad. Aber bei Biden ist es ein bisschen differenzierter, aber tatsächlich bei beiden wird es eher schwieriger oder ist es eher schwieriger. Würden Sie sagen, was ist geopolitisch wichtiger für das Portfolio? Die US-Wahl und der Ausgang danach oder der so etwas wie China und Taiwan-Konflikt? Also kurzfristig auf jeden Fall die US-Wahl, aber... Weil sie natürlich auch nicht vor der Tür steht. Ja, genau. Aber mittel- und landfristig ja auch China und Taiwan. Ich meine, gut, wenn jetzt Trump noch mal wiedergewählt wird als Präsident, das wird schon sehr starke Implikationen haben. Also das wird schon die Welt durchrütteln und dann natürlich auch die Frage, wie er sich wieder verhalten wird. Wieder mit irgendwelchen Regimen. Ja, vermeintliche Freundschaft knüpft oder eben nicht. Also das wirklich tatsächlich muss man genau gucken, welche Signale er da rausschickt. Andererseits, wenn wir als Europäer dazu aufgefordert sind, uns noch stärker um unsere eigene Sicherheit zu kümmern, in der Hoffnung, dass das vielleicht ein bisschen positiver für uns dann sein könnte. Aber ja, wie gesagt, nichtsdestotrotz für die Börsen wäre in Amerika Trump erstmal die bessere Wahl, für die Börsen nicht in den USA, wäre wahrscheinlich Biden die bessere Wahl. Und man muss natürlich auch bei Trump immer sagen, wahrscheinlich weiß auch das Weiße Haus nichts, wenn sie morgens das Büro betreten, was der Chef heute machen wird. Auch das haben wir ja in der Vergangenheit erlebt und so viel bleibt sehr spannend. Frau Winschbauer, das war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank. Ja, gerne. Freunde, und ich hoffe, ihr konntet auch wie immer einiges mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr im Moment so aufgestellt seid, ob Anleihen natürlich das alte Thema ein Thema für euch ist. Ich weiß, die meisten mögen es nicht so sehr, aber natürlich vielleicht eher auf der Rohstoffseite. Ansonsten vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.